Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 16, Tag 3. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. Ja, wir haben noch viel zu lernen, was die Finanzen in der Gemeinde angehen. Paulus macht deutlich, dass es sich bei dem, was er Ihnen sagt, nicht um eine lokale Angelegenheit handelt, um ein lokales Problem zu lösen. Schau, was er sagt. Er sagt, ich möchte, dass ihr dieselben Anweisungen befolgt, die ich den Gemeinden in Galatien gegeben habe. Erinnere dich an den 2. Korintherbrief. Da spricht er über die Gemeinden in Mazedonien, die auch alle Geld zusammenlegten. Wie wollte Paulus, dass sie vorgehen? Er sagt, jeden Sonntag soll jeder von euch ein großzügiges Opfer bringen, indem er einen Teil von dem nimmt, womit Gott ihn gesegnet hat und es an einem sicheren Ort aufbewahren. Das heißt, du legst es beiseite. Aber sieh mal, das ist keine Lehre darüber, wie die Gemeinde eine Gabe einnehmen soll. Hier wird gelehrt, wie die Gemeinde mit dem Geld für eine ganz bestimmte Situation umgehen soll. Die konkrete Situation war nicht, irgendwelche Gemeinderechnungen zu bezahlen, sondern das Geld zu nehmen und es an die anderen Christen in Jerusalem zu schicken. Warum sagt Paulus nun jeden Sonntag oder jeden ersten Tag der Woche? So wie ich es verstehe, hat Paulus einfach weise überlegt, wie man das am besten praktisch umsetzen kann. Das war keine geistliche Anweisung. Nein, nein und nein. Das war eine sehr praktische Anweisung, bei der Paulus seinen von Gott gegebenen gesunden Menschenverstand und seine Weisheit einsetzte. So sagt er, Einmal in der Woche bringt ihr das Geld. Ihr nehmt einen Teil von dem, womit Gott euch gesegnet hat und legt es zur Seite. Aber warum, sagt Paulus, man solle es einmal in der Woche bringen und zur Seite legen? Weißt du warum? Weil er das vor etwa 2000 Jahren geschrieben hat. Wenn er heute in der gleichen Situation wäre, würde er eine WhatsApp- oder Telegram-Gruppe einrichten und dort das Bebal-Konto der Brüder und Schwestern in Jerusalem reinstellen und sagen, legt los und teilt es. Das ist keine biblische Lehre, sondern eine praktische Anleitung für die Verpflichtung, unseren Brüdern und Schwestern in Not zu helfen. Es gab kein Bankensystem. Es gab keine Telekommunikation, wie wir sie heute haben. Paulus schrieb einen Brief, der sehr lange unterwegs war, bis er bei den Korinthern eintraf. Er wollte sicher gehen, dass die Brüder und Schwestern in Jerusalem auf keinen Fall übersehen wurden. Aber schau, wie schön, er sagt. Dann muss ich keinen besonderen Aufruf machen, wenn ich komme. Paulus wollte nicht zu ihnen kommen und dann, wenn er bei ihnen ist, seine Zeit damit verbringen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Finanzen mit den Brüdern in Jerusalem teilen. Er kannte seine Berufung, er kannte seine Gabe und er wusste, was ihm wichtig ist. Ihm war klar, dass er die Zeit, in der er bei ihnen sein würde, nutzen musste, um sie zu unterweisen, zu lernen und natürlich, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Hier ging es nicht um irgendetwas Geistliches, eine Doktrin oder Ähnliches. Paulus verstand einfach, wie wichtig es ist, sich um die anderen Christen zu kümmern und er wollte sicher gehen, dass die Zeit nicht verschwendet, sondern richtig genutzt wird. Es ist sehr interessant, denn er hätte einen besonderen Aufruf machen können, sobald er physisch bei ihnen anwesend war. Er war aber offensichtlich sehr vorsichtig, wie er seine Zeit und seine Gaben einsetzte. Er wusste, sobald er dort ankam, gab es andere Prioritäten. Das ist Weisheit. Sehr interessant. Sie sammelten kein Geld, um es als Notgroschen zur Seite zu legen. Sie machten es so, um vorbereitet zu sein. Ich sage dir noch etwas anderes. Um diese Anordnung von Paulus zu befolgen, musst du sehr bewusst handeln. Denk darüber nach. Er ist nicht einfach spontan aufgetaucht und hat gesagt, Leute, was habt ihr in euren Taschen? Könnt ihr bitte eine Opfergabe einsammeln? Nein, er sagt, Jeden Sonntag bringt er etwas mit, sammelt es ein und bewahrt es auf. Es ist erstaunlich, wie einfach und doch so klar Paulus' Anweisungen an die Gemeinde in Bezug auf die Finanzen waren. Bis morgen! Vielen Dank.